Hier ist MC Thorm. Ja, ich bin gerade in dem Meierbus, der fährt gerade nach Talsch und von Talsch aus soll ich dann nach Altersstadt und dann, wenn ich zuhause bin, mache das mit meinem Freund Rito. Es geht. Und ja, wenn ich dann nachher zuhause bin, esse ich dann ein Mittagessen, dann mache ich dann noch ein Video für meinen Kanal und danach gehe ich abends noch zu kommen, Sport machen wieder. Jetzt habe ich heute in der Schule Fußball gespielt, mache ich nochmal Sport. Ja, und dann mache ich dann noch, vielleicht wird morgen der Film, wo ich bald rauszampfe, vielleicht schon morgen fertig gedreht. Das sehen wir dann. Und wenn der Rito noch was hatten. Hi Leute, ja, ich wollte euch noch sagen, sorry, wenn ich gerade kaufe, aber also, tut, tut bitte den Alex so viel Daumen hoch geben, wie es geht, ist mir scheißegal wie, und abonniert ihn. Nur wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt. Dankeschön. Wenn ihr nichts wollt, braucht ihr es nicht machen. Das ist meine Rede. Und was heißt, du verleiten das Video. Ja, und ähm, ja, macht was ihr wollt, auf jeden Fall, ja, und, ähm, ihr könnt ja das Video ableiten, äh. Dann nehmen wir einen Tag weiter dem. Ja, ihr könnt ja die Videos weiterschicken an andere Freunde, und, ja, so, jetzt gebe ich mal den Alex mal wieder. Hallo, 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 liebe Zuschauer von, äh, MC Tom, ähm, und ich grüße auch den Ego Reuti, falls ihr zuschaut, und ich grüße Pjörn. Ich grüße Pjörn. Äh, äh, was, äh, was, äh, was hiege? Ja, du wolltest auch noch mal was sagen, oder willst du nichts mehr sagen, jetzt? Äh, äh, gerade nichts mehr sagen. So, ja, jetzt gebe ich den Alex weiter, weil jetzt fühl ich, die Sonne blende jetzt auf. Ja, hab ich jetzt mit einem Sit haben, ja, wie, ich, ich, ich mach, ich blende das mal, weil ich jetzt mal sitere. Peace out und schau. Ja, ich bin. Ja, ich bin.